so wo ist der mein spotify spotify da habt auch ein bisschen mucke willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja gesucht gute clans ich lese immer mal wieder unter meinen kommentaren oder aber auch teilweise in den livestreams toto kennst du hast du guten clan oder kannst du guten clan empfehlen ich kann euch keinen guten clan empfehlen weil ich auch selber nicht weiß ist ein clan eigentlich gut oder ist ein clan nicht so gut ein clan ist immer so gut wie du dich wohl fühlst so will ich das mal sagen denn auch ich habe ja hier drei clans die wir jetzt auch wieder bespielen werden in der liga also werbetrommel muss wieder gerührt werden und zwar ist das einmal der clan deutschland da sind im moment nur drei leute drin es ist ja kein free to play und ist der kleine herausforderer und auch der clan deutschland finde ich eigentlich ist ein guter clan am meisten nur einmal die woche im monat nämlich zur jeweiligen liga und dementsprechend werden wir hier dann wieder ab rathaus 11 denke ich mal befüllt nach oben hin also 10er ist schwierig damit uschi bender sowieso nicht und da habe ich auch immer noch keine ich meine ich hatte jetzt 30 tage zeit eine lösung zu finden für rathaus 8 9 oder 10 9 und 8 stimmt vielleicht finden wir heute haben noch eine kleine noch eine kleine lösung im live stream mal sehen ob wir da zeit für haben dass man vielleicht einen neuen clan erstellen und hauen da erstmal die ganzen 10er 9er und 8er rein und fangen einfach mal eine neue liga an und so dass wir da auch spielen können aber das ist eigentlich also ich finde das ein guter clan klar level 15 es wird nur einmal im monat dort gespielt ich weiß wir haben dort auch schon mal ein klankrieg gespielt aber dann doch eher selten der klein für die to play und dem bin ich ja gerade da kann ich euch das zeigen ist meines erachtens ein guter clan also sagen wir mal ein solider clan solider clan aktivität ganz wenig aber aktivität in dem maße reichlich alle machen ihre angriffe wir schaffen die wir schaffen den ja okay nicht hingucken wie wenig punkte ich dem toto habe aber wir haben die clanspieler auch hier ganz locker geschafft hier 21 stunden vor ablauf und so ein bisschen ticken die uhren obwohl die auch die uhren ticken bei supercell richtig habe gedacht ich hätte mich heute erst vertan habe ich aber nicht denn es fängt ja wieder legal also hier ist wenig wenig aktivität wenig aktivität der nöck hier wartet schon satte zwölf stunden auf seine hocks das ist natürlich hier nicht gang und gäbe aber wenn er max haben will ja die kann er die kann er bekommen manchmal fragt man sich natürlich warum bzw wofür der 1025 pokale vielleicht wieder ein bisschen was üben oder so aber ja herzlose wesiger aber dennoch würde ich sagen ist das ein ganz ganz stabiler klar also die aktivität ist hier auf jeden fall gegeben der platz ist hier gegeben ligamäßig sieht es auch ganz gut aus wir sind oben 3 13 haben dann den rest komplett zwölfer und müssen vielleicht nur einen elfer mitnehmen aber mal sehen ich denke mal die elfer gehen hier raus und ich kann mir vorstellen dass aus dem kleinen herausforderer wieder der ein oder andere 13 oder zwölfer hier mit rein kommt dann fliegen schon die kleinen zwölfer raus und damit ich auch mit dem schief barfuß oder wir tauschen unten halt durch das ist auch sehr verschieden da müssen wir mal gucken wie war wie wir hier reagieren können ich hoffe dass die leute sich hier noch alle wieder auf grün stellen aber auch hier kann man nicht sagen ist ein guter clan ist ein schlechter clan ich meine wenn ihr klar sucht dann seht ihr schon anhand der aktivität am besten filtert ihr so ein bisschen dass ihr dass ihr hier wisst was 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 ihr suchen wollt also ihr könnt drei sachen suchen was weiß ich jubi international und klaren games und dann könnt ihr suchen und danach könnt ihr natürlich dann dementsprechend vielleicht euren clan finden lasst euch also ich würde mich nie davon abschrecken lassen vor allen dingen nicht zur saison beginnen wie viele leute oder wie spenden die hier und haben die ja alle schon eine liga etc das kann man vielleicht so mitte des monats machen am anfang ist das immer sehr schwer da müssen erstmal alle die liga finden müssen erst mal anfangen wieder ihre spenden aufzubauen und so weiter vieles wird hier mittlerweile auch mit den selbst spenden gemacht und deswegen kann man das glaube ich auch nicht so wirklich sagen guter clan schlechter clan wenn ihr aber lust habt bei mir in den live streams dürft ihr gerne eure tech posten oder eure klantik posten suche finde biete was auch immer ich kann euch einfach nur einen platz anbieten oder kann euch anbieten diesen hier zu machen nehmen aber auch ich will gleich noch ein live klark mit euch machen und dementsprechend glaube ich ist das ganz okay das mitnehmen 12 ist das glaube ich ganz okay dass wir dem mitnehmen hier und deswegen mehr als okay das ist natürlich eine doofe gerade eine doofe maschine die ich da habe hat das war bestimmt nicht so geplant aber mal sehen vielleicht kriegen wir doch das ein oder andere loch hier schon reingeschlagen ja kriegen wir okay das passt dann soll es hier weitergehen passt auch noch sehr schön ja okay die weiß ein bisschen immer nicht ganz optimal die maschine sehe ich jetzt gerade und ich sehe es auch ein und da könnt ihr hier wie gesagt bei mir in den live stream suchen finden was auch immer also das ist bei mir absolut legitim denn ich weiß selber mit mit wegfall der sogenannten globals haben ja viele ein problem ein klar zu finden für sich oder leute zu finden für ihren clan und deswegen kann ich euch immer nur das angebot machen kommt in die live stream sein und dann können wir dann sehen wir mal was wir dort für euch machen können ob meine knie nicht dass die mir abhanden kommt aber das sieht eigentlich ganz gut aus das sieht ganz gut aus ich meine ok da hat er jetzt auch nicht so viel und ich brauche mit dem toto ja auch nicht mehr ganz so viel toto ist hier durch ratos level 11 ich warte eigentlich nur darauf dass ich mal auf zwölf gehe eine gute gute gelegenheit sich bietet und oder man oder man setzt sich einfach aus und meinen stein ich gehe erst auf zwölf wenn ich 1000 sternen habe oder sowas ich muss mal gucken ob ich die methode eigentlich schon habe wir kriegen wir mal nach und dann habe ich die schon auch noch nicht ganz ok noch nicht ganz morgen habe ich sie ok morgen habe ich sie sechs sterne müssen wir noch machen ok sechs sterne noch dafür gibt es lasst mich gerade gucken leute dafür gibt es 1000 gems und 5000 ep also solltet ihr in jedem fall machen und ja ok jetzt könnte mir natürlich das ziel setzen ok ich mache noch die 1000 sterne voll und dann gehe ich auf 12 aber ich habe es nicht ich habe es nicht so wirklich eilig ok was wollen wir eigentlich machen wir wollten eigentlich das tauschen hier gegen ein paar ox und gegen die maschine hier haben aber gar nicht ok wir haben die klaren buch gar nicht benutzt so ok das ist halt dass das tut mir ist natürlich leid wir haben die karte gar nicht gar nicht geleert sich gerade ok kommt vorne ich hoffe ihr habt genug medaillen bekommen heute morgen denn die clan stadt spieler haben ja wieder aufgehört und halt nicht vergessen dass wir eine maschine mitnehmen und dementsprechend gab es ja auch wieder ein paar medaillen hoffentlich für euch mit dem torsten oder mit dem toto hier habe ich leider nicht daran teilgenommen aber ich habe jetzt erstmal wieder liga das ist gut und ich springe gleich auch zu den herausforderungen rüber auch da müssen wir mal gucken ich glaube ich glaube fast dass wir schon rausfallen mit den 14 an dort dann muss ich wahrscheinlich die 14 schon woanders unterbringen free to play oder vielleicht bei euch muss ich heute aber warum betteln glaube ich wo man mich als vierzehner denn mitnimmt ok dann machen wir live angriff ich nehme mir immer die knöpfe dann in den ohren dann höre ich auch was von clash of clans jobs und da machen wir unser klagkriegs angriff unseren ersten der geht hier unten auf ihn hier ich weiß noch nicht ganz genau wie ich vorgehe ok 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 soll auch immer so eine blöde floske 12 11 2345 12 dass mir die quina so ein bisschen richtiger geht ok ok der boge turm da muss man irgendwie fallen ja wir können hier mal rein brechen brauchen aber nicht wirklich so dass was wir jetzt in jedem fall machen müssen müssen die lager hier wegräumen damit mit der queen da rein läuft macht sie auch sehr schön denn hier kommt ein bisschen klaren burg ok ok fettfinger gefälligert leute da habe ich gefälligert misst ok da muss ich jetzt auch von der seite hier nehmen ist egal da muss ich die von der seite nehmen ach das ärgert mich aber der entfernung ist weg ok er hat mich so ein bisschen da die oben wir müssen noch bis ganz da oben hinkommen leute das ist noch ein weites stückchen und dann haben wir hier auch noch dann können wir da setzen denn da den da aber die wirklich nach wie vor ziemlich starken meiner sollten das eigentlich schaffen entschuldigt dass ich gerade wieder ein bisschen leiser wurde sieht aber noch ganz gut aus ich kann das auch vorne beobachten in der tat da die spiegelung ja nach vorne auf dem pc geht und das sieht aber auch noch ganz gut aus die meiner sind halt ziemlich stark 53 sekunden sollte in jedem fall reichen mir fehlen eigentlich nur drei sterne ob ich die noch mache ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja mal sehen wie war über zeitmäßig hinkommen ich habe jetzt ja elf minuten aufgenommen das ist eigentlich ist eigentlich in ordnung und die meiner aber hier ist noch hier schon magier dran der arbeitet schon am rathaus ok haben wir in jedem fall die drei gemacht also hybrid auf rathaus 11 geht nach wie vor und ich denke der ist mir auch ebenbürtig jetzt müssen wir noch mal gucken was wir hier haben die schon schwierige leute die schon etwas schwieriger könnte aber noch passen ja ok muss ich eine andere kombinieren müssen wir ja ich muss die kombinieren hier ich glaube ich mache das mal hier müssen wir noch mal weiter die brauchen wir sowieso in der liga dann nachher und dann ja ich würde sagen ich lass sie mal eben bauen die armee machen kurzen kart und dann machen wir doch den zweiten angriff mal sehen ob wir nicht heute die 1000 sterne hier schaffen ok freunde auf geht's fertig gebaut ich habe noch ein bisschen geschoben und ja mal sehen ob wir ob ich die folge jetzt doch noch verschieben muss und irgendwann anders aufnehmen muss für 1000 sterne oder ob wir die jetzt machen mal sehen ob es funktioniert mit der armee hier also eine richtig lupenreine spam armee ich würde sagen wir gehen nicht dem rathaus entgegen sondern wir gehen dem adler entgegen dann haben wir auf jeden fall also aus dieser richtung hier dann haben wir hier in jedem fall den adler etwas eher als das rathaus weil hier gibt es doch sehr viele treffer punkte gibt es die beiden nervigen helden und mal sehen vielleicht muss ich doch noch mal umbauen ich guck mal gerade 33 ich habe es jetzt so gelassen ich hatte sonst immer vier von denen von den gut zaubern mit das habe ich jetzt mal gelassen ich nehme jetzt über vier frost mit jetzt könnte man natürlich auch sagen besser ist zwei sprung und zwei frost schwierig die truppen müssen sich halt ein bisschen müssen sich durch quälen hier aber wir machen das mal 1 2 3 4 und dann gehen wir rein schmilack 1212 nur so ein bisschen zum ablenken da soll er rein da haben wir auf jeden fall die luke da haben wir wieder unsere clan burg und hier hinten springen wir rüber meine queen geht natürlich ziemlich weit weg ziemlich weit außen weg sehe ich gerade hier nochmal gefrostet dass sie da auch nein die nehmen den sprung nicht aber doch jetzt nimmt der king den sprung toll zu spät ging du bist lost ich muss die ich muss die folge doch verschieben mist schade queen nicht mit und mit reingelaufen obwohl eigentlich der fahne glaube ich ganz gut war lange genug eigentlich gewartet mit dem bolan auch aber nun jetzt habe ich halt 999 sternchen und habe jetzt die nächste chance dann wahrscheinlich erst wieder in der liga ist aber nicht so schlimm denn wir haben noch reichlich angriffe hier ich höre immer noch ein ok der witz aber auch nicht mehr schaffen ich habe immer noch einen gehört gerade 999 aber ok kleiner kranke ich mag die kleinen kranke eigentlich nicht zu fünf ich bin jetzt auch nur mit dem toto dabei alle anderen haben jetzt helden gemacht oder ich habe sie rausgelassen von mir habe jetzt also selber keine chance mehr hier großartig einzugreifen ramses typ moses oder die little man müssen sie reißen ich denke mal an da unten kann nichts reißen und dann würde ich sagen wir wollen wir einfach mal noch mal nach ich bin jetzt ziemlich voll was die ressourcen angeht irgendwann dreht man ja durch wenn die ressourcen zu viel werden und man einfach nicht mehr nicht mehr weitermachen kann hier aber nichtsdestotrotz seid in den live sind wieder dabei dann könnt ihr biete suche finde mit mir mit mir zusammenspielen und dann würde ich sagen dass wir das ich glaube im moment machen wir es jeden tag das ist was anderem geschuldet also vermutlich streame ich jetzt jeden tag montags mittwochs freitag sowieso aber wir packen den dienstag und den donnerstag auch noch mit rein immer so abends so um die zwei drei stunden circa einfach einfach ein bisschen klatschen bisschen klönen und ein bisschen spaß haben und ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid twitch tv schrägert und dann würde ich sagen hat einen schönen wochenstart ich hoffe die folge hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lass meinen da oben da abonniere nicht vergessen und am kanal dran bleiben und immer schön die fühle ausstrecken nach guten glanz danke für die aufmerksamkeit so tschau euer tuto clasht